so da bin ich wieder und nachdem ich mich ja beim letzten video mal wieder so ein bisschen im kopf vom kragen gerät habe zumindest gegen ende ja typisch halt versuchen wir jetzt nicht es wird gerade wieder nacht oder ist das ein sonnenaufgang da hinten ich hoffe dass ein sonnenaufgang da versuchen wir bei gepflegter zelda 3 musik jetzt noch mal über was anderes zu reden gehen wir noch mal ein bisschen auf die let's play herei zurück weil eigentlich war ja das das große ziel das ist also das unkraut hier weg hauen ist schon verdammt laut unfassbar also in kauf und wegen ja erde ja worauf wollte ich raus also zunächst mal ich glaube was mich so in letzter zeit ein bisschen mit inspiriert hat noch mal ins place zu machen war auch jetzt zuletzt das wirklich zuletzt die rückkehr des herrings ja mein gott herring way ist wieder da der hatte ja schon immer großen einfluss auf mich und ich bin extrem überrascht kurz nachdem ich angefangen habe die ersten sauspark videos aufzunehmen ist auf einmal herring way wieder da noch bevor ich sauspark videos natürlich hochgeladen habe weil ich habe sie ja immer noch nicht hochgeladen aber ich dachte mir so zwei dumme ein gedanke da haben wohl beide die guten alten zeiten so ein bisschen vermisst und erst in dem moment als ich dann anfing wirklich seine videos wieder zu gucken vor allem seine metroid videos im moment finde ich extrem geil ist mir aufgefallen wie sehr ich auch vermisst habe ihm zuzugucken das war wow zombie nein es war kein zombie aber das war immer so ein bisschen mit das highlight des tages kann man sagen ich habe das irgendwann nur einfach als viel zu selbstverständlich hingenommen wenn man so will aber ja herring ways let's place haben wir immer so ein bisschen den tag verschönt ist halt mal fakt und ich habe das irgendwann nicht mehr so richtig gewürdigt würde ich sagen also ich habe irgendwann schon wieder zum w ich habe es irgendwann wirklich als zu selbstverständlich glaube ich hingenommen und auch nicht mehr wirklich groß darüber nachgedacht zwar jeden tag was da und so und auf einmal war er dann weg und das muss ich sagen ja ist mal wieder ein typisches beispiel für ein altbekanntes problem das jeder kennt man weiß erst was man hat wenn man es nicht mehr hat oder so also man weiß dinge erst zu schätzen wenn sie nicht mehr da sind oder in dem fall die leistungen einer person oder so er wird ja auch extrem freundlich wieder zurück willkommen geheißen wie auch immer also man konnte durchaus an den ganzen 100 millionen kommentaren unter den videos erkennen dass offenbar nicht nur ich mich angsthaft darüber gefreut habe dass er wieder das übrigens coole musik aus wonderboy 3 der dragons trap mein gott die falle des drachen der sidecrawlers dance coole musik finde ich extrem geil vor allem für so ein altes spiel extrem gute musik tut nichts zur sache aber man kann sie mal nebenbei erwähnen gut schön ich habe einen fortschritt erzählt ich habe grünzeug angepflanzt tschuldigung ich weiß ich soll nicht singen aber es ist so cool ich mag das lied voll und ich habe ich habe das spiel noch nie gespielt in meinem leben aber ich muss es für die virtual console auf der wii haben glaube ich ich habe es aber noch nie gespielt und es haben früher schon Leute gesagt das solltest du immer machen und ich glaube es euch ist bestimmt ein geiles spiel der zweite teil war schon extrem gut der erste übrigens nicht so falls jemanden interessiert aber ja egal so waren wir jetzt ich habe übrigens das letzte video schon wieder brutalst überzogen scheiße ich wollte das eisen benutzen um mir werkzeug zu machen und nicht um mich zu rüsten ich bin der held vom erdbeerfeld dann sollte jetzt gucken dass mit dieser einen spitzhacke nach möglichkeit eisen finde ich brauche nicht irgendwelches ich meine ja klar ich könnte jetzt noch mehr spitzhacke machen aber ich will eigentlich so wenig steinwerkzeuge jetzt herstellen wie möglich weil schmeiße ich mir ja doch nur weg wenn ich wieder eisen habe ich kenne mich doch gut also statt den raum da unten weiter auszubauen fange ich jetzt einfach mal in irgendeine beliebige richtung an zu strip meinen und liebe ich heißt hier so kann dein name möge fortan beliebig lauten schön so wo war ich jetzt ja also das herring wie jetzt wieder da ist hat mich durchaus noch ein bisschen mehr motiviert wieder let's plays aufzunehmen trotzdem habe ich ewig rumgezögert und überlegt ja wie machst du sein scheiße ich kann den redstone nicht nutzbringend abbauen weil ich kein eisenwerkzeug habe ich krieg den redstone nicht wenn ich die dinge kaputt haue zum kotzen lassen wir einfach mal dafür entstehen zelda 3 musik schon wieder zelda 3 ist schon ein spiel mit extrem guter musik muss man schon sagen also link to the past und ich höre wasser und ich sehe schon wieder redstone der mir weg ist ich habe keine fackeln mehr ich könnte noch welche machen ich habe noch ein bisschen was aufgeserven ich hätte aber gerne eisen ihr leute es scheint sehr viel wasser hier zu sein wo eisen hier wohl ja fall bitte nicht in irgendwelche lava becken ich brauche fackeln das wäre nämlich unschön so ist auch keine stöckchen mehr aber das macht das kann man ja oben wieder welche machen wenn ich wieder hoch geben das ist nicht das problem die muss wirklich nur unmenge an wasser sein dem gebrüchen nach ich weiß auch nicht wie gut das wird ja nicht das ist noch keine überprüfung macht wie die abmischung sind und ich bin völlig durcheinander ich weiß echt nicht wo ich über was ich überhaupt rede ich bin hinten und vorne und überall und sowieso und letztes video war schon wieder viel zu lang ich wollte eigentlich nur noch viertel stunden videos machen jetzt war es leider sind eine halbe stunde jetzt habe ich aber meinen outer city hier so auf dass ich die zeitspur sehen kann und sehe direkt wenn ich nur auf den kleinen monitor neben mir gucke oh mein gott ich bin schon bei sieben minuten das heißt noch acht minuten wirres zeug labern und dann hast du schon wieder ein part fertig gott bin ich gut ja whatever schön ja ursprünglich war mal das thema vom letzten part etwas das ich nie zu ende gemacht habe nämlich was ich als nächstes spielen könnte versuchen wir es noch mal damit aufzuhalten also wonder boy 3 the dragon strap wird es nicht sein weil ich weiß nicht ob das spiel so geeignet für mich ist zunächst mal ich denke das spiel wird sehr schwer sein weil die beiden vorgänger waren auch scheiße schwer und das haben diese uralt spieler allgemein so an sich im prinzip und egal ich würde das ja dann quasi blind spielen weil ich habe es ja noch nie gespielt daher blind und ich weiß nicht ob das so gut funktioniert ich habe ja vor einiger zeit schon mal drüber geredet also als ich noch videos gemacht habe wahnsinn das ist jetzt über ein jahr her alles ne aber ich kann mich daran erinnern dass ich in dem mario kart 8 video die thematik angesprochen hatte welches let's play als nächstes und so und daraufhin habe ich dann ein nixern kommentiert kommentare video gemacht weil ich so viele antworten gekriegt habe dass ich naja nicht jeder schreiben wollte sondern auf jede möglichst gut eingehen wollte ohne ewig tippen zu müssen und dann war halt drüber reden die beste wahl ne sowas kann ich auch jederzeit wieder machen ist gar kein thema ja jedenfalls kam dabei auch zur sprache thema blind let's plays irgendwer hatte gesagt ich finde ja deine let's plays von spielen die du kennst besser als deine blind let's plays und zum einen ich habe nicht viele blind let's plays auf meinem kanal gemacht und zum anderen ja also wenn ich meine videos selbst beurteile dann geht es mir da ganz genau so also wenn ich ein let's play vor allem von einem richtig uralten spiel das ich einen millionen mal durchgespielt habe oder so sehe von mir vor allem bei kurzen spielen dann finde ich das insgesamt viel unterhaltender als ein let's play video von einem spiel das ich noch nicht kannte und an dem ich richtig lang sitze oder so wobei ich allerdings auch sagen muss mit pikmin war ich relativ zufrieden also es war jetzt nicht gerade mein magnum opus oder so aber ich glaube das let's play war an sich ganz genießbar oder auch nicht was weiß ich vielleicht ist das ein bildung aber ich glaube pikmin war ganz okay ja wie auch immer also blind let's plays bei mir sind vielleicht insgesamt keine gute idee weil ich dafür ungeeignet bin es ist oft ja auch interessant zu hören was man selbst für gedanken zum spiel hat dass man schon ewig kennt und wie man damit in kontakt kam was man damals davon hält und man hat so ein bisschen ein bisschen insider wissen und so und kann das vermitteln und so ich denke da sind vielleicht auch ein bisschen mehr meine stärken und dementsprechend würde sich halt anbieten keine blind let's plays zu machen und eher das naja was ich gut kenne und ich habe mir darüber auch schon ernsthaft so ein bisschen gedanken gemacht und ich frage mich bei der gelegenheit auch euch wisst ihr ich bin mittlerweile ein alter mann ich war schon ein alter mann als ich mit der let's playerei angefangen habe und mittlerweile bin ich noch älterer mann und ich werde komischerweise nicht jünger ich weiß auch nicht wie das zustande kommt aber irgendwie werde ich jedes jahr einfach nur älter dieses jahr auch schon wieder und ich stelle mir so die frage soll ich meinen kanal vielleicht komplett auf retro let's plays umstellen und ich stelle nicht nur mir die frage sondern jetzt auch gerade euch ich habe selbst schon ein bisschen drüber nachgedacht und mhm ist natürlich die frage was versteht man als ein retro let's play und sind wir da nicht ein bisschen zu eingeschränkt fragezeichen tatsache ist als ein retro let's play würde ich vor allem all den ganzen alten konsolen kram den ich habe bezeichnen und vielleicht auch ein paar pc spielen die schon etwas älter sind das müssen keine spiele sein die schon 30 jahre alt sind ich glaube ich habe kein ich habe glaube ich kein spiel das 30 jahre alt ist außer ok ok wenn man wenn man so will vielleicht super mario brothers und zelda 1 oder so ich glaube die sind mittlerweile so in dem alter aber ne das meine ich nicht also es können durchaus spiele sein die auch noch ein wenig aus dem jahr 2000 sind oder vielleicht sogar noch ein bisschen neuer oder so aber ich denke dabei an spiele die schon wenigstens mal zehn jahre sind also zehn jahre alt sind das wäre ein korrekterer satz ja und dann ist die frage will das doch jemand sehen ich meine das sind mit Sicherheit gute spiele ich meine ich habe ja auch einige gute spiele let's play die halt alt sind und das ist halt die frage ob das die richtige richtung für meinen kanal sein sollte oder nicht und dann ist natürlich die frage wie lange kann ich das überhaupt durchziehen weil wenn ich dann nicht irgendwann auf bild let's plays umsattel dann fehlt mir natürlich auch das material so oder so ne also egal ob ich jetzt retro let's plays mache oder nicht äh um weiterhin material für let's plays zu haben auf dauer muss man halt dann auch mal äh neue spiele kennenlernen weil irgendwann hat man alle spiele die man schon kennt let's play oder so da wäre zwar noch ein ganzes stück weit hin bei mir aber gar nicht mal so weit wie man vielleicht denken würde um das noch kurz anzusprechen bevor wir das video jetzt schon wieder beenden ich war nie jemand der viele spiele hatte das ist jetzt kein scherz und ihr müsst mich deswegen nicht mitleiden ich lebe trotzdem noch aber äh ich bin ja in einem haushalt aufgewachsen mit Eltern das ist so äh was das hat man manchmal und das kann mal vorteilhafter und mal unvorteilhafter sein äh tatsache ist ähm meine Eltern hatten mit dieser Zockerei an sich gar nichts am Hut außer als meine Schwester irgendwann ihren Gameboy bekam da haben sie dann da gesessen und stundenlang Tetris gespielt beide sowohl meine Mutter als auch mein Vater mein Vater hat irgendwann damit aufgehört meine Mutter hat das noch sehr lange weiter praktiziert und das war das einzige Spiel wo man sagen kann davon konnten die sich wirklich begeistern aber ansonsten hatten die mit Videospielen gar nichts am Hut und dementsprechend unterstützten die auch nicht gerade meine Affinität zu Videospielen ich konnte im Prinzip drauf hoffen dass ich irgendwie zu Weihnachten oder zum Geburtstag mal ein neues Spiel geschenk kriege wenn es ein billiges ist aber ansonsten gar nicht also ich hab wenn ich irgendwelche Spiele haben wollte die selbst kaufen müssen das heißt monatelang Taschengeld sparen je älter ich wurde desto kürzer wurden die Abschnitte weil dann auch weil es dann auch mehr Taschengeld gab aber gerade als kleines Kind sprich zu meinem Master System Super Nintendo Zeiten da konnte ich mir wenn es gut läuft zwei Spiele im Jahr leisten für meine Konsolen und dementsprechend habe ich sauber nichts Spiel für diese Konsolen äh später wurde das theoretisch besser aber dann waren meine Interessen anders also in der N64 Zeit hätte ich wahrscheinlich viel mehr N64 Spiele haben können wenn dann nicht auch ungefähr zu dieser Zeit meinen Kontakt mit dem PC angefangen hätte wo ich dann natürlich auch angefangen habe PC Spiele zu spielen dadurch habe ich natürlich nicht besonders viele N64 Spiele und dafür ein paar mehr PC Spiele wobei das mit dem PC Spielen damals sowieso eine völlig andere Geschichte war der war damals nämlich vor allem etwas ganz anderem viel attraktiver als eine Konsole äh nämlich die Tatsache dass ich jemanden kannte der also selbst viel am PC gezockt hat ein damals erwachsener Mann und äh der eben entsprechend viele Spiele hatte und der auch extrem viel mit Computern rumgebastelt hat und all so einen Scheiß und der hatte natürlich einen Brenner äh und äh das war natürlich dann eine sehr günstige Quelle für neue Spiele möchte ich mal so erwähnen und ja das ist eine Straftat aber erstens ich habe die Dinger nicht gebrannt und ich habe sie auch nicht bezahlt ich habe sie nicht gekauft also kann mir keiner irgendwie Handel damit vorwerfen oder dergleichen die war nämlich dann geschenkt und selbst wenn irgendwas davon ein Verbrechen ist ist es mittlerweile seit über 20 Jahren verjährt also scheiß drauf ähm ne es ist nicht seit über 20 Jahren verjährt aber es ist mit Sicherheit verjährt weil es über 20 Jahre her ist gut wunderbar aber ja ich habe hier von dieser jeden alten lange vergangenen Zeit ein paar gebrannte Spiele noch rumstehen aus verschiedenen Quellen allerdings muss ich sagen keines davon hat mich Geld gekostet weil wie gesagt im Regenfall hat es gereicht dass ich den Leuten eine Rohling mitbringe einfach mal eine leere CD aus dem Aldi oder so die gab es für eine Mark das Stück oder so ähm und dann haben die halt gebrannt was ich wollte und das war ja ich meine es gibt genügend Leute die machen das heute noch trotz Kopierschutz und allem möglichen aber ja war halt so was wäre ein gutes Beispiel für ein Spiel aus der Zeit übrigens äh Dragon Ball Musik schon wieder äh und das ist äh Dragon Ball Z ah das war wirklich Dragon Ball Z okay ein Beispiel aus der Zeit beispielsweise äh Rayman das erste Rayman das es für die Playstation gab ja habe ich hier äh auf CD gebrannt ähm nie durchgespielt weil es assischwer ist meiner Meinung nach aber ich habe sehr viel Zeit damals in das Spiel investiert aber ich habe es wirklich nicht gespielt andere Spiele muss ich aber auch ehrlich sagen die ich gebrannt hatte habe ich mittlerweile original weil ich sie so gut finde dass ich gesagt habe ja das ist mir jetzt einfach wert das Original hier stehen zu haben Beispiel dafür ist zum Beispiel Diablo Hellfire also sowohl Diablo 1 als auch das Hellfire Addon habe ich original hier stehen weil ich der Meinung bin mit dem Spiel hast du so viele tolle Stunden verbracht da solltest du dann auch entsprechend äh bereit sein was dafür zu zahlen wobei man nicht mal sagen kann dass ich äh die Hersteller damit unterstützt hätte oder irgendwas weil mittlerweile kriegt man das Zeug ja nur noch gebraucht hm naja und schon seit Jahren weil das ist ja so alt ich meine das wird jetzt schon seit 100 Jahren nicht mehr verkauft ja wie komme ich eigentlich auf so eine Scheiße wie bin ich jetzt wieder derart vom Thema abgekommen man weiß es nicht naja egal ich würde auch sagen wir sind schon wieder über die Zeit also machen wir hier auf jeden Fall erstmal einen Cut also Leute bis denn wir waren über die Zeit wir waren auf jeden Fall wir waren über die Zeit wir haben das wir haben über die Zeit